Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Erste Klima-Lockdown-Schikanen in Israel. Herzlich willkommen hier im Blickwinkel, meine lieben Zuschauer. Der Status titelt Wandern wegen Hitze verboten. Ihr erinnert euch an das hohe C. China ist auch weit weg, gerade so wie Israel. Zitat vom Status. In Israel wurde nun ein großflächiges Gebiet der Nationalparks gesperrt. Die Bürger dürfen dort nun tagelang nicht wandern gehen, mit der Begründung, es sei wegen der Hitze. Die Maßnahme wurde dabei offenkundig verhängt, ohne dass es dafür eine rechtliche Grundlage gibt. Ein Bürgerjournalist wittert dahinter andere Motive, nämlich das gezielte Vorantreiben der Globalisten-Agenda. Wenn die Behörden es für richtig halten, können sie die Menschen nach Gutdünken in ihrer Bewegungsfreiheit beschneiden. Die Logik der unsäglichen C-Lockdowns, denn Israel verhängte gleich fünf davon, wiederholt sich. Unter dem Eindruck der zum Auswuchs einer angeblichen globalen Klimakrise aufgebauschten sommerlichen Hitzewelle, bricht sich der totalitäre Geist nun einmal mehr Bahn. Betroffen ist das ganze jüdische Bergland, das Gebiet um das Tote Meer, sowie an den Flüssen im Norden des Landes. Verhängt wurde der Wanderbahn dabei von der Nationalen Natur- und Parkbehörde. Diese wurde einst gegründet, um die Nationalparks zu bewahren. Eine formelle Berechtigung zur Sperre von Naherholungsgebieten hat sie eigentlich nicht. Und wie eine wirklich epochale Hitzewelle klingeln die Temperaturen in Israel nicht, ganz egal ob in Jerusalem oder Tel Aviv. Mit Werten zwischen 30 und 35 Grad erreicht das Thermometer eine Temperatur, die für diese Jahreszeit in der Region durchaus typisch sind. Laut dem Artikel von Thomas Eusmüller am TKP-Blog funktioniert einmal mehr auch die Rolle der Presse als kontrollierende vierte Macht nicht. Zitat Die Mainstream-Medien geben sich als Sprechorgane der Behörde und geben die widerrechtliche Sperre der Wege unkritisch weiter. Zitat Ende Ein israelischer Bürgerjournalist, dessen Vater viele der Wanderwege im Gebiet kartierte, will dies nicht auf sich sitzen lassen und versucht nun die Öffentlichkeit wach zu rütteln. Er schreibt auf Twitter, Zitat Ich brauche niemanden, der mir vorschreibt, welchen Teil der Natur ich wegen des Wetters bewandern darf und welchen nicht. Das gilt besonders für eine Behörde, die einem Ministerium untersteht, das die WEF-UN-Agenda verfolgt. Zitat Ende Der Status weiter, Zitat Die mediale Gleichschaltung wiederum erinnert ihn an die C-Propaganda, was er darauf zurückführt, dass die Globalisten auch bei der weltweiten Abstimmung von Maßnahmen ihre Finger im Spiel hatten. Die Behauptung des Schutzes vor der Hitze hält er für besonders absurd. Zitat Auf der Basis dieser falschen Annahme hätte die Regierung etwa Beduinen auch verbieten müssen, ihre Zelte zu verlassen, weil es in der Wüste zu heiß ist. Zitat Ende Tatsächlich stimme nicht einmal die regelmäßige Behauptung von Hitzerekorden, so der Status, zumal die Daten kaum vergleichbar wären, da die meisten israelischen Wetterstationen ihren Standort im Laufe der Jahrzehnte immer wieder änderten. Jedenfalls seien die aktuellen Temperaturen bis maximal 35 Grad kein Vergleich zu den Extremwerten des Jahres 1970 mit 45,6 Grad oder 1998 mit 43,7 Grad. Es handele sich also geradezu um einen Klimascam. Dass immer höhere Temperaturen registriert werden, ist für ihn auch nicht zwingend eine Klimafolge. Vielmehr rote die Regierung in manchen Jahren hunderttausende Bäume, wodurch sich die Städte aufheizen würden. Der Bürgerjournalist stellt dabei zwei Thesen als Begründung in den Raum. Entweder diene dies direkt zur Stützung der Behauptung, die angebliche Klimakrise sei real, oder aber man baue bereits für die total vernetzten und überwachten 5G-Smart-Cities der Zukunft nach WEF-Modell vor. Zitat Ende. Diese Beiträge, meine lieben Zuschauer, sind brandaktuell. Weiter Zitat. Auch in anderen Ländern wird aktuell große Hitzepanik verbreitet. Ein besonders entlarvendes Beispiel lieferte dabei der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Dieser stellte einen bedrohlichen Hitzeschutzplan vor. Auch dieser sieht Lockdown-ähnliche Maßnahmen einschließlich dem Verbot von Sportveranstaltungen vor. Die Bürger wiederum will er im Ernstfall in Kälteräume sperren. Unter Mauern wollte Lauterbach seine Panikmache mit einer unseriösen Schätzung angeblicher Hitzetode in Deutschland aus dem Vorjahr, die allerdings unwahrscheinlich klingt, da es damit in diesem Zeitraum in Deutschland zwölfmal so viele Hitzetode gegeben hätte, als im deutlich trockneren und heißeren Spanien. Gut möglich also, dass die Schätzung durch so manche der sich häufenden, plötzlichen und unerwarteten Todesfälle ohne jeden Wetterkontext auf falschen Annahmen passiert. Zitat Ende Meine lieben Zuschauer, es ist nicht schwer, die Ideologie dahinter zu erkennen. Wer sich mit der Agenda 2030 beschäftigt hat, weiß, dass unter anderem diese Small Cities, diese 15-Minuten-Städte, geplant sind. Wenn man nun schon das Wandern den Menschen verbietet, also sich in der Natur aufzuhalten und dort natürlich auch im Schatten, weil jeder Mensch wird selbst wissen, wenn er schwitzt, dann ist das ein ganz, ganz böses Zeichen. Und wie ich eingangs schon sagte, ist Israel weit von Deutschland entfernt, also geografisch weit. Aber genau so war es ja mit dem Hohen See. China erschien uns weit entfernt. Aber wie schnell hatten wir den ersten Lockdown? Das bedeutet, es wird immer in autokratischeren Ländern begonnen, Maßnahmen einzuführen, Maßnahmen zu verabschieden, Maßnahmen durchzusetzen. Und wenn es auch nur eine Parkbehörde, wie hier in Israel ist, die Menschen werden dadurch gebrainwashed. Und wenn es dann in Deutschland ankommt, haben sie davon schon einmal gehört und schlucken den Köder leichter. Wir haben im Augenblick, und das ist ja nicht allzu oft hier bei uns in Deutschland, so wunderschönes Sommerwetter. Viele Menschen sind immer wieder jahrzehntelang und auch dieses Jahr verreist in viel wärmere Länder. Das bedeutet, sie schlucken eher im eigenen Land den Hitzeköder und haben vergessen, dass sie in viel heißere Länder gereist sind oder noch reisen. Jüngst schrieb mir jemand, dass die Sonne ja heute anders sei. Also die heutigen 30 oder 35 Grad seien viel gefährlicher als die damaligen 30 oder 35 Grad. An solchen unsinnigen Aussagen hört man schon, wo das Ganze hinlaufen soll. Zum anderen ist es so, dass ihr ja auch rundherum seht, wie die Wälder abgeholzt werden. Das hat natürlich zum Ziel, dass man diese Windanlagen, diese Windkrafträder aufstellen kann. Aber wenn der Wald stirbt, wenn die Natur stirbt, stirbt alles Leben, stirbt der Mensch, stirbt das Tier. Es ist komisch, dass da von den Klimaaktivisten kein Aufschrei kommt. Das, was wirklich gesund ist, das, was wirklich wichtig ist, wird mit Füßen getreten. Und dafür, an diese Stelle, treten unsinnige Maßnahmen. Sie dienen der Demonstration, der Macht und Kontrolle einiger weniger Menschen. Ich bitte euch, stark zu bleiben und auch auf diesen Schwindeln nicht hereinzufallen. Die Natur braucht uns nicht, aber wir brauchen die Natur. Ich wünsche euch ein schönes, sonniges Wochenende. Euer Engel Euer Engel Euer Engel Euer Engel Euer Engel Vielen Dank.